Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo ihr Urgel finden könnt. Haben sich einige von euch gewünscht und diesen Wunsch werde ich euch natürlich erfüllen. Zuallererst muss ich aber sagen, dass man Urgel nur in Pokémon Karmazin antreffen kann. Es ist Karmazin exklusiv, also wenn ihr Purpur spielt, dann müsst ihr mit jemandem tauschen, der es in Karmazin gefangen hat. Am besten geht ihr dazu auf meinen Discord-Server. Dort werdet ihr sicherlich Leute finden, die gerne mit euch Urgel tauschen. Aber wo genau kann man Urgel denn nun finden? Und zwar findet ihr Urgel in der Wildnis von Kitakami. Ungefähr hier an dem Punkt, wo ich bin. Overall auf der Karte eigentlich so ziemlich am nördlichsten Punkt von Kitakami. Also nördlich direkt in der Mitte eigentlich. Und jetzt werden wir mal gucken, wo wir hier einen Urgel finden. So, da unten haben wir doch direkt einen Urgel. Und das werden wir so gleich einfangen. Urgel scheint auch ein bisschen seltener zu sein. Also jetzt nicht übertrieben selten. Aber es kann schon sein, dass es ein bisschen braucht, so zwei Minuten oder so, bis ein Spawn. Also es scheint schon eines der selteneren Pokémon hier in dieser Gegend zu sein. Aber kein Ding, wir haben es gefangen. Und nun können wir auch erfolgreich Urgel in unserem Pokédex registrieren. Denn lustigerweise hat mir das auch noch gefehlt. Urgel, Schling-Pokémon. Es hat die Angewohnheit, alles in einem Stück zu verschlingen. Je mehr es damit ringt, übergroße Beute runterzuschlucken, desto zäher wird es. Und ja, Freunde. Das wäre der Weg, wie ihr Urgel in Poké und Karmicin finden könnt. Wie gesagt, wenn ihr Pupu spielt, joint gerne dem Discord-Server. Dort wird sich bestimmt jemand bereit erklären, euch ein Urgel zu tauschen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Poké verpassen wollt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao. Ciao.